Recht, komm! Warte, 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 warte Ja, lenk ihn ab, lenk ihn ab Ohhhhhhh Ey, Jungs, 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 zu viert B, first round, okay? Wir machen Doppeldeckung, Tuarm, wer ist mit mir, Tuarm, muss ich wissen Zu viel BX. Ich muss ihm auch noch IP geben, hab ich grad ganz... Ja, ich bin hier drin. Achso, lol, okay, GG. Sagst gar nichts, Alter. Einer mit mir Turm, bitte. Okay, okay, ich komm Turm. Ich glaub, die kommen wir nicht. Ja, ich verschieb mal A. Guck mal, ich bin A. Ja, chill. Die können Mitte raus gleich, warte mal. Aber ich denk, bau mal die Russian Stepped. Seitengang, seitengang, vier Stück. Jetzt geh ich mal Seitengang, die haben wir angefangen. Deploying Flashbang. Rapidlich Stop Block. Grenade aus. Ja, aber das war echt low, Alter. Zwei... On... On-Spot geht's, schön. Ja, scheiße, ich werd hier... Komm, ich komm. Ja, komm. Einer puft dich schon an. Ach, nee. Wird das der nächste Downrank? Ach, Quatsch, Alter. Ja, ich hör mal. Das war jetzt einfach nur... Jetzt wird mal die erste Runde Seitengang gehen, ohne Witz. Naja, ist gar nicht mal so schlecht, hat ja geklappt, ne? Aber ey, lass mal jetzt B-Stack, jetzt B-Stack. Jetzt B-Stack, jetzt... Also, ich denk mal schon, dass jetzt B-Tower-Push... Das ist ein Witz, oder? Doch, doch, da ist was. Ja, da ist was. No. Oh, der hat's so kassiert, Alter. Die kommen jetzt... Im Tor. Lol, nochmal! Nein. Tower ist noch was? Ähm... 6-3-2. Links! Das Letzter. Ich hab 5 Schuss. Nice. Ey, LOL, Mann! Weißt du, was ich gemacht... hab? Das war richtig krank. Wie heißt dieser Gang? Ich geb dem immer P-2-50... Braucht jemand Wasser? Flick-One-Click. Ich könnte eine A bedroppen. Nee, braucht auch keiner drauf. Ey, lass bitte nochmal B-Stack machen. Die werden jetzt einen Echo-Push machen. Jetzt kommst du pushen mal den Seitengang. Ach. Easy Life. Klatsch rein. Wir machen jetzt nochmal genau das gleiche, nur schneller. Throwing Grenade. Grenade aus. Der Steps hier in Form. Äh, bei A, bei A. Bei A. Ja, okay, warte mal. Ja, lol, nicht zu viele verschieben. Gib mal B, äh, A, ich bleib B. Wenn was kommt. Der... Bitte. Ja, okay, die gehen aber, glaub ich, echt Mitte durch. Jo, schön. Oh, ich blech mal kurz Mitte. Oh, in der Seitengang durch. Oh, lol, ja. Ich komm von hinten bei denen. Wie du klasse, ne? Lol. Was, was, wo, äh? Wer wusste ja, oder? Ja. Oh, Kinsey. Jetzt haben wir mit LOFN, oder? Nein. Irgendwie. Echt jetzt? Lol, Autos haben wir gekauft. Gib. Tiki? Ja, gönnt ihr den mal im Seitengang oder so. Wer ist mit mir jetzt nochmal Turmfest? Ich. Der Rex. Ach, da... Die sind in diesem Switch, glaub ich. Deploying. Flashbang. Egen ist uns einer. Wieso sprichst du in GameRech? Ah, fuck. Falschtast, Alter. Mal faggat, du. Also, ja, B ist was drinne, warte mal... Lass ich mal durch. Bomb down. Okay, mal devrecht. Oh, NRP, Alter. Die ersten Franzosen, die... ... ... Fuck Russia, ich muss mich umbenennen in... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich muss mir mal... ... ... ... noch einer seite wie viel zwei stecken noch einer seite hat jetzt mein empfieh kommt zurück in die mitte die haben beide die sich auf jeden fall jetzt laufe ich eben um die map und dann gehen dann beide gefeiert allein zu 91 901 wird das das highscore gameplay recht wird es ist jetzt ist das highscore gameplay bei mir wird es das 50 0 jetzt kannst du ja jetzt kannst du so nur noch ein klicks ist immer so ich glaube die sind in den switch zu a b kommt hart oh mein gott war das lucky alter messer wie schlecht der typ war kannst du sacks von dem typ machen doch schon wieder zu viel das ist eine gute idee wie einfach durch smoke durchpush das war aber auch selten dumm eigentlich ja nee aber seine mates pushen daraus und der pust nachdem einer nur glaube ich seitengang tut steppen einer zwei ja ich glaube die switchen gleich zu a also wir sind schon b durch die werden a aufbauen auf jeden fall ok er steht noch vorhof am am grund welch passt auf der impen avp da rein macht er da sowas ja weiß ich nicht warum er das macht aber oder den swag einer seitengang der 80 der ist schon durch mit bombe hat er nach oben soll die ab oder och niemand seite geht durch einer auf jeden fall der hat die bombe 2 und 3 könnt ihr holen schön lol noch einer ok genau oh 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 lol ex alter das ist mein erstes spiel ja wie dein erstes spiel heute oder seit 10 jahren alter alter ex aber so einer der steht und nur lädt ist halt schwer zu treiben ex du warst doch früher mal richtig brutal wo ist der skill wo ist das eng ich hab ich spiel mit ich spiel mit frosty hands boah ey die sind so kalt ja das glaubste gar nicht ich ist nachher erstmal on mach mo ich glaub die kommen ich glaub die kommen A2 wo wo A2 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 Na ja, die MW kostet die nur noch 180 oder so. Ah ja, soviel zum Thema, die wollen irgendwie, was hast du gesagt, 200 Keys oder so? Das ist... Ja, ich hab schon gesagt. Oh, B gerade. Guck mal, Karma. Oh, fuck, Rasha. Ich hab den Scheiß-Zeitengang durchpusht, nein. Voll. Ich frag mich, wie mich einer von B abballern kann, wenn da einer steht, aber die D. Recht, ob du's missglaubst oder nicht, das ist das erste Match gegen cleane Franzosen in CS. Go. Und das erste cleane Match, ähm... Ne, seit den letzten drei Tagen. Seit ich Internet hab, seit Mittwoch. Grenade out. Throwing Grenade. Wie geht nochmal? Die steppen. Jo. Ja, das kann doch nicht sein. Ich kann nix... Gar nix... Gar nix... Werden sie... Werden sie... Werden sie... Wir müssen sehen da das Problem, ich seh die Gegner nie. Ich komm... Ich komm gerade mal... Mitte... Mit von der Mitte... Und schlage... Aber trotzdem weiter drücken, weil, äh... Wir müssen mal hier 13-2 draus machen und dann Pistol da her holen, dann ist es easy. Okay, okay, weil ich jetzt gesagt hab, das ist nicht mal 13-2. Ja, ich hab nur gesagt, wir sollen machen und das wird nicht. Ich hab ja nicht gesagt, dass es wird, ich hab nur gesagt, dass wir machen müssen. Zeitgang, viel, 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 viel. Ich verschieb mal. Ja, ich verschieb auch mal, weil die faken sowieso nix. Ich hab Flash. Ich hab Smoke. In dein Gesicht. Na lol... 46... Einer hat 40 AP. Schön, Rexy. Noch... Der letzte ist auch da. Oh, der Rech, du! Oh, der Rech, du! Ich wollte wohl... Ich wollte wohl Chance Knife gehen. Chance Knife, 2014. Äh... Please, äh... Give me the Carabit Fates that... Äh... Was? Nix. Ich will den Rech scammen. Ich add den heute wieder mit ein paar Russen-Accounts. Mach Moch. I... I need a Carabit Do... Yeahzenie... Räch, I give you vodka for a Carab- Vodga. Da gibst du genug Vodka der Pasta, Do... Ich kaufe mir auch so'n Exploit-Tack und exploit dich weg, Alter. Mach Moch. Homodo. Was ist'n Exploit-Tack? Ich glaube, Switch-To-A... ... das ist wie man sie auf Switch-To-A. Das was ich mir bald holen werde, um Rech zu scammen... Ja, Rech wird sehen, Alter. Ich add den mit so'n Putin-Account. Alle wollen die ems scammen, Do... Oh, du hast recht zu viel Geld, du. Bum, below. Gehen sie raus? Ja. Ey, er geht nicht da. Viel. 4 in 1? Ja, Jungs, einer ist noch Cutters gewesen, ja? Rush mal durch, bitte. Schön. Arm has been planned. Der pusht gleichzeitig. Sonst blinkt das. Oh mein Gott, unter dir, unter dir. Ähm. Links von der Säule, glaub ich, war der. Werden wir gleich sehen. Häuschen ist noch nix. Lol, ey, alter, was ist das für Drecksmoke, alter? ALTER, ICH DOE NICHS! Wo bin ich denn, Mann? Wo steh ich, Alter? Wo steh ich, Alter? Häh, ich stand, ich war da irgendwie festgestuckt, alter. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, was ist das, Mann? Hello, Alter, da war jetzt 50 Minuten. Ne, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ne, ich versteh aber nicht, Alter, ich bin... Wer war das da grad bei mir? Was war das für ne Smoke, alter? Ich hab was mir gedacht. Du bist geflashed schon ich, oder? Biber Sucks, alter. Ja, keine Ahnung, was ist das für Biber Sucks, alter? Ich bin gestuckt. Irgendwo, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Biber Sucks, Biber Sucks! Ja, okay Die neue Serie, alter... Laaaah. Oh no. Ich hing mal in so ner Dreckskante fest vom Gabe, alter. Mitte clear. Ich bin Voll-Flashed, ja, die geben wahrscheinlich wieder B, alter. dyed ist schon einer raus, hast schon einer raus. Oh, da geht noch einer raus... Ja, gut, dass ich Headshot tue, aber... Fricht jemand nach Kauf? Ja, gerne. Ich lapp mir nachher die Demo runter, ich guck, wo ich hing, Alter. Das kann gar nicht sein. Ich beweg mich, ich guck extra aufm Radar, ob ich mich bewege. Ich beweg mich einfach nicht, Alter. Ich mach alles, ich häng fest, Alter. Du bist ja in die scheiß Ecke gelaufen, Alter. Nee, ich hab vorwärts, rechts, links, alles, Alter. Super Mario, alles. Und der Carrier ist hängen geblieben. Ah, ah. Zwei Seiten. Verschieb ins Land. Einen nach Mitte. Seidengang hat Auto. So einfach. Ja, deswegen bleib ich da. Ja, Pff, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen, Alter. Ich weiß nix. Nee, ich geb dem ja, aber halt nicht full. Schön. Wer macht den Freibay? Oh, Rexy. Wäsche Brotaler doch. Easy. Ey, Jungs, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Alle negiv, alle negiv. Done. Nee, ich spiel die Series runter, die Typen. Ich hab Seitengang alleine. Ich hab A alleine, geht mal wie. Nachher sind das alles... Series, mach nur. Verschiebt. Grenade out. Fire in the hall. Deploying Flashman. Verschiebt. Nach außen bleibt. Die gehen raus. Nein. Fuck, er pusht echt durch Smoke. Ja, sie gehen durch. Hin, Titanic zwei. Zwei Titanic hinten. Gibt mir im Sprung. Und einer, ähm, Turm drinne. Einer. Nee, 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 nee. Nice. Ey, du hast aber nur einen geholt, ne? Hm. Ja, einer ist noch hinten unten. Der hat Low, der hat Low. Loll. Verstaunen, Alter. Rechts, Häuschen. Grenade out. Letzter ist hinter Spot. Der Spot, Jungs. Ich hab noch zwei Flashes. Ich hab auch Flashes. Der ist nach rechts gelo... Ich kann ja mal eben Smoken. Du mal Low, Alter. Was ist das für Low Smoke? Was? Oh. Jetzt findet er die Bombe nicht. Jetzt findet er die Bombe nicht. Dann hätte ich Kinsey aber umgebracht, Alter. Dann zweimal wegen seiner Low Smoke verkacken. Du mal Low. Oh, ich hab grad rechts und links verwechselt. Fuck you. You are bad, Alter. Filterprüfen. Fuck. Fuck Mother French. Fuck Baguette. Fuck. Fuck Rosso. Fuck Baguette. Fuck Ribéry. Fuck. Achso. Guck mal, ich kann mich im Kreis... B-Rush? B-Rush, easy. Fuck Ribéry, Alter. Gib mir nicht die Bombe, ich will die nicht. Jo, lass mal B-Doh. Fuck Baguette, Doh. B-Doh. Jo, lass mal B-Doh. Hab ich den? Nein, ich hab den beiden nicht mehr. Recht, B-Doh, reimt sich auf Play-Doh. Nein. Das ist das... Die Gnede, Doh. Fuck Gnede, Doh. B-Sack, B-Sack. Was fürs... Ein Stück Minutes. Oh mein Gott. Spot ist noch einer. Spot 60 AP. Achso, wie er gibt... Könnte vielleicht einer von hinten verschieben. Geh doch da... Egal, von hinten kommt. Komm, komm, komm. Also einer ist... Ja, ja, geht. Ah, die sind beide B. Einer Onspot und einer ist Cutters rausgepusht. Geht schnell. Recht, du kannst da am besten da irgendein... Ah ne, der Recht muss liegen, ne. Oh, Rexid ist gefährlich, aber... Ja, so ist gut. Gebt den Rexid eh nicht. Nice. Letzter Komm, Balkon rechts. Balkon. Bleib dir frech. Ich will auch frech. Loil. Ohhhh. Das Brett, du. Oh, das Brett, du. Oh, das Brett, du. Recht, du. Recht, du. Recht hat zu viele... Nein, ich muss ihn scammen. Oh, ich liebe meinen... Slow Time neuen Bayonet. Das sieht so sexy aus. Aber Recht... Also... Aber eigentlich bei der Situation solltest du so ein bisschen eher auf Zeit spielen, weil der hätte dir normal... Also wär's ein richtiger Franzose gewesen, hätte der dir jetzt einen Trigger-Shot reingedrückt. Deswegen wirst du eigentlich immer... Der hätte dann in eine andere Richtung gucken. Ah ja, klar. Das ist lachen. Da merkt man, dass du recht nicht so oft gegen so Trigger-Fanzose spielst. Ach so! Super, das ist gut, okay. Ähm... Turm ist einer auf. Nein, der schießt mich durch den Schlitz auf. Ist er die Arsch schon drauf, oder was? Ja. Ja, auf geht's. Kommt mal rüber, bitte. Ich hol zuerst die Franzackung. Komm, die Messer an dir. Chance Knife. Ich gebe ihm einen Klick. Nein, er hat mich... Der 20 hat D. Chance Knife. Chance Knife. Der ist Titanic. Titanic, Titanic. Ich will ihm geben. Ja genau, rennt alle mit dem Messer hin. Nee! 14 in 1! Ich kotze gleich. Oh, oh, oh. Hat jemand noch eine Flash? Nee. Er ist flashed. Jetzt. Der ist hinterm B-Spot. Der ist hinterm B-Spot. Hinterm Spot? Ja, geh drauf. Komm, versucht. Ey, let's save die AK. Warum killt ihr den nicht einfach? Ich fratsch. Nee, ey. Guck mal auf dich. Und Knife. Ich dachte, das letzte Runde. 13 plus 1, 16. Oh, ähm, ich hab ne Scout. Pssst. Fuck Exel. Fuck Rexy. Und der, der die AK geselfert, jetzt nicht 5 mit Down geht. Der macht jetzt 5 von. Ja, Kinsey, du holst jetzt die Runde für uns. Moms. Keinen Fall. Nochmal 1. Ey, geh doch mal down, Alter. Einer Connector, 2 Connector. Äh, nicht Switch. Nicht Switch. Nicht Switch. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, fuck Rexy. Einen ging grad nichts rein. Was hat Kinsey gemacht? Gar nichts. Doch, ein Glück. Ja, ja. Chance 3 hat nicht geklappt. Ey. Was ist denn das mit dem Champ nochmal überhaupt? Der Champ? Chance. Chance Knife. Achso. Held. Chance Knife. Chance Knife. Chance Knife. Chance Knife. Chance Knife. Okay, das können wir aber echt mal probieren bei dem Typen, Alter Mom. Nein. Oh. Scheiße. Er kommt Cutters, ey. Schon voll off, Alter. Er kommt mit AWP. Nee, nee. Der geht vorne raus. Wann. Du musst das probieren. Oh, ja, oh. Okay. Keine Chance Knife. Der recht ist der Sinn, du. Doch, mach. Der ist bestimmt Titanic schon durchgeschliffen, oder so. Warte, ich kann ihn ablenken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, komm. Rechts, komm. Warte, 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 warte. Ja, lenk ihn ab, lenk ihn ab. Oh, oh, oh. Chance Knife. Oh, oh. Das war ein legendärer Abschluss-Frag hier von... Chez chants Knife, doch. Easy. Fuck Fresh. Fuck Fresh. Fuck Fresh. Fuck Fresh. Fuck Tour de France. Fuck Baguette. Fuck Rosson. Fuck Idiots. Fuck Idiots. Fuck Idiots. Fuck Idiots. Fuck Idiots. Russia. Das war's für heute.